so hallo heute mal ganz super kurzes video und zwar beim ford galaxy baujahr 2011 wo man die obd steckverbindung findet und zwar ist das ganz einfach links neben dem lenkrad ist hier unten so fach macht ihr das fach auf und dann seht ihr hier schon das noch so fach beziehungsweise so ein kleiner deckel sind deckel aufgemacht und schon könnt ihr euer diagnosegerät einstecken alles klar viel spaß beim auslesen viel erfolg tschüssi tschau